Die Welt zu retten Ihre Auslöschung Ich wollte eine Rüstung für die ganze Welt erschaffen. Aber ich erschuf etwas Furchtbares. Künstliche Intelligenz. Es heißt Ultron-Programm. Wir sehen zu, wie die Menschen für unsere Fehler bezahlen. Ist das nicht der Grund für unseren Kampf, ihn zu beenden und nach Hause gehen zu können? Tja, du bist jämmerlich gescheitert. Wir haben nichts als unseren Verstand und unseren Willen, um die Welt zu retten. Also stellt euch dem Kampf. Das werden wir niemals alle überleben. Ich habe morgen Abend nichts vor. Euch muss man immer hinterher räumen, Jungs. Wir können sie zerstören. Von innen heraus. Was Besseres hast du nicht drauf? Wieso fragst du ihn auch? Wieso fragst du ihn auch? Wir können sie sch shut, wásse zu verabilden. Vielen Dank.